So, einen wunderschönen guten Tag meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Update-Video hier bei JB Trading, deinem YouTube-Kanal von Trader für Trader. Wir schauen uns gleich gemeinsam an, was macht Bitcoin, was macht Ethereum, was ist passiert. Leute, ihr habt es schon am Thumbnail gelesen, wir sind endlich nach langem Kampf in unserem Primär-Szenario angekommen. Bei Bitcoin, wir schauen uns auch gleich an, was ist passiert vom gestrigen Update-Video. Wir waren ja gestern hier noch in diesem Bereich, wo wir genau hier unter diesem letzten WIG, wo ich meine erste Reaktion erwartet habe, weil hier in der Regel unter solchen WIGs liegen Stop-Loss-Ordern. Und dann müssten wir erstmal eine Reaktion sehen. Wir hatten ja hier noch diesen blauen Trendwende-Bereich hier oben. Den haben wir durchbrochen nach unten. So, und dann, wenn wir uns das hier anschauen, die Reaktion gestern, es gab eine kleine Reaktion. Wenn wir uns das anschauen, und zwar war das genau dieses Tief hier bei 59.200 US-Dollar ungefähr. Die Reaktion nach oben war da, aber nicht signifikant. Wenn wir uns das hier anschauen, es war ein Move von ziemlich genau 3%. Also nichts für Bitcoin. Das heißt dann einfach im Umkehrschluss als Analyst muss man einfach davon ausgehen, dass die ganzen Leute, wo hier long gegangen sind oder Bitcoin gekauft haben, dass die den Großteil ihrer Position hier oben in diesem Megablock, wo ich euch schon vor Wochen und Monaten eingezeichnet habe, dass die einfach hier ihre Profite realisiert haben und hier in diesem Bereich einfach keine Stop-Loss-Order mehr lagen. Oder halt nicht viele, sonst wäre die Reaktion nach oben deutlich stärker ausgefallen. Somit haben wir hier eine Mini-Reaktion gesehen. Und die paar Positionen, wo da noch offen waren, die wurden dann geschlossen und dann geht der Markt weiter runter. Ja, und hat dann hier jetzt im Endeffekt genau mein Primär-Szenario, wo ich euch seit Wochen mitteile, dass wenn wir hier bestimmte interne Levels nicht halten, dass dann das hier in diesem Bereich erwarte ich mir die erste größere Reaktion. Und zweitens genau dieser Order-Block, wo ich euch gestern hier noch eingezeichnet habe, hat sich verschoben ein bisschen. So, und in diesem Order-Block erwarte ich mir eine erste Reaktion. Das passt auch wunderbar überein hier mit unserem C-Level von den Bären, diese gelbe Sequenz, was wir intern tracken. Ja, C-Level erreicht. Eine erste Erholung ist möglich, ist wahrscheinlich. Und das sehen wir auch gerade, es wird keine große Kerze nach oben geben. Gehe ich nicht davon aus, dass wir jetzt hier auf einmal auf 70.000 hochschießen. Es wird jetzt eine langsame Reaktion nach oben geben. Wir sollten uns relativ korrektiv nach oben bewegen. Ja, und dann eventuell noch einmal tiefer runterkommen in den Bereich von 55.000. Weil wir haben hier einen Überschneidungsbereich. 55.000 US-Dollar von der grünen Struktur, plus das letzte Level von der weißen Struktur, plus das 200. Extensionslevel von der gelben Struktur. Also deswegen gehe ich davon aus, oder es kann gut sein, dass wir heute im Laufe des Tages, heute Abend ist ja die Fett-Zinsentscheidung, habt ihr auch am Thumbnail gelesen, dass wir hier noch einmal tiefer runtergehen und uns in diesem Bereich, ja, also von hier aus, wo wir jetzt auch gerade hier die erste Reaktion sehen, kann der Abwurf erfolgen und wir weiter nach oben steigen. Aber schauen wir mal, heute Abend wird es wirklich brenzlig, denke ich mal. Kann sein, dass wir sogar eine Zinserhöhung bekommen. Dann dürfte es nochmal runterrauschen, aber nicht signifikant. Wie gesagt, ich erwarte hier in diesem Bereich die erste größere Reaktion nach oben, sollte der Markt jetzt steigen schon, ohne dass wir neues Low bilden. Bis dahin ist dieser Bereich hier von 61.893 bis hoch zu 63.676 US-Dollar für uns der erste wichtige Bereich, wo wir beobachten müssen. Von dort können wir nochmal eine Reaktion nach unten sehen, respektive das BC-Korrektur-Level von dieser großen roten Bearition-Sequenz. Das Level liegt, stand jetzt, bei 64.736 US-Dollar bis hoch zu 67.487 US-Dollar. Von hier aus erwarte ich mir noch einmal einen kräftigeren Rücksetzer. Aber dann auch nur in dieses grüne Level hier, in dieses Szenario 2. Und das liegt bei 56.231 bis runter zu 50.300 US-Dollar. Spätestens hier, wirklich aller, aller spätestens hier erwarte ich mir die große Reaktion, weil hier lag der letzte große Orderblock. Bevor der Markt dann fast schon parabolisch nach oben gestiegen ist. Schauen wir mal, was uns der Markt heute und die nächsten Stunden und die nächsten Tage bringt. Auf jeden Fall haben wir hier Klarheit. Wie gesagt, das Szenario war von mir primär schon seit Wochen eingestellt. Von der Price Action vom Miskal-System her. Deswegen müssen wir schauen, wir sind hier wieder long drin. Gucken wir mal, wie das hier hält. Ob die Reaktion jetzt nach oben kommt oder ob wir weiter runter gehen. Aber wie gesagt, die 55.000 sind für mich ein sehr wahrscheinliches Szenario. Und dass wir von dort aus dann die nächste Reaktion nach oben sehen. Die etwas größere Reaktion. Schauen wir mal, das ist für Bitcoin auf jeden Fall alles, was ich heute für euch zu sagen habe. Ich erwarte jetzt eine Reaktion, eine Erholung, eine leichte nach diesem doch sehr scharfen Abverkauf. Schauen wir mal, wie sich das hier ausspielt. Auch bei Ethereum hat sich im Wesentlichen nicht viel getan. Auch hier hatten wir natürlich den kleinen Abverkauf. Aber es ist noch nicht so stark wie bei Bitcoin. Wenn wir uns das bei Bitcoin anschauen, wir haben jetzt hier deutliche Lower Lows in den Markt reingeneriert. Bei Ethereum nicht. Bei Ethereum hält noch diese gelbe Box. Müssen wir schauen, ob sie weiterhin hält. Ich habe meine nächste Long Order hier bei 2730 US-Dollar platziert. Stop-Loss knapp oberhalb von diesem blauen Kästchen. Und auch hier beim blauen ist es das Level, wo bei Ethereum halten muss. Aber auch hier zu beachten, wir haben hier eine große bearish Sequenz. Die hat C-Level bei knapp 2000 US-Dollar. Also auch bei Ethereum, macht euch darauf gefasst. Es kann im Worst-Case-Szenario Richtung 2000 bis 1500 US-Dollar gehen. Genaue Levels habe ich da natürlich in der Signalgruppe drin. Da stehen alle Szenarien komplett erklärt. Sowohl für Bitcoin als auch Ethereum. Wie gesagt, müssen wir schauen. Solange gelb hält, dieses Level geht ja bis 2730 US-Dollar. Solange das hält, ist alles gut. Können wir weiter von hier aus uns akkumulieren. Ja, dann von hier aus den nächsten Abmuff Richtung 4500 bis 5000 US-Dollar starten. Sollte Bitcoin doch etwas stärker jetzt runter droppen und hier schon dieses Szenario Richtung 52.000 US-Dollar, 50.000 US-Dollar anlaufen, dann dürfte es auch bei Ethereum so sein, dass wir hier in diese blaue Box reinstechen. Sollten wir hier jetzt bei Bitcoin eine Erholung sehen, gehe ich auch bei Ethereum davon aus, dass wir hier in dem Bereich von 2730 US-Dollar spätestens eine Reaktion nach oben sehen und wir dann weiter steigen sollten. Wird auch, wie gesagt, auch bei Ethereum ganz, ganz spannend. Solange gelb hält, alles tut die. Und solange Bitcoin nicht stark auf die 50.000, 52.000 US-Dollar fällt, auch hier im weißen Szenario alles Paletti ist nichts Überraschendes für uns. Genau, was ich auch sagen muss, ich sehe es ja an den Zahlen bei BingX. Ich sehe, wir haben konstant viel Trader. Ja, seit Wochen ist die Zahl meiner Trader aus der Community konstant bei BingX, aber jetzt ist in den letzten Tagen ziemlich genau seit meiner letzten Ansprache, wo ich nochmal darauf hingewiesen habe, als Trader bitte verwendet nur 1% pro Trade von eurem Trading-Kapital. Ja, und seitdem sinkt das Volumen, das Trading-Volumen merklich. Also da ist ein riesen, riesen Unterschied und deswegen bin ich guter Dinge, dass meine Worte zumindest beim Großteil endlich ankommen und ihr nicht überhebelt und nicht mit zu viel Margin in den Markt reingeht. Leute, ich finde das stark, wenn es deswegen ist, finde ich es super, weil wie gesagt, ich will hier mit der Community langfristige Erfolge feiern und nicht, dass die Leute ihr Geld verbrennen und dann nachher, wenn der Up-Move nach oben kommt und wir durchziehen, ist Kapital futsch. Ja, deswegen danke, wenn ihr euch an meine Worte haltet, ist mir sehr wichtig. Ich bin nicht auf meinen Profit aus, auf euer Profit bin ich aus, ich will, dass ihr Profite macht. Ja, aber mir geht es nicht um meinen Profit, ich will, dass wir als Community hier starke Erfolge feiern, das ist mir wichtig. Alles andere ist nebensächlich, ist ein kleiner Bonbon, aber nicht mein Beweggrund, warum ich das Ganze hier mache. Ja, deswegen hoffe ich, dass es endlich angekommen ist bei den meisten und ich bin guter Dinge, dass es so ist. Also, nur mal dazu, bin wirklich stolz auf meine Community, dass meine Worte endlich gehört werden, so wie es aussieht. Also, bei Bitcoin, ganz klarer Fahrplan, Erholung, jederzeit möglich jetzt, auch mit dem, auch mit dem Abend, es kann sein, auch, dass wir hier schon die Zinsentscheidung schon hier in den Markt eingepreist haben mit dieser Abwärtsbewegung. Kann sein, dass wir jetzt auf einmal, kriegen wir eine Zinserhöhung, aber ich gehe davon aus, dann, egal was da rauskommt, ist schon in den Markt eingepreist. Kleine Schwankungen heute, so etwas sind möglich. Wir sind aber in den Trades drin, ich lasse mich von dem nicht beirren oder meinen Tradesetup was verändern. Ich lasse meine Trades laufen, ganz normal. Ja, was ich noch sagen wollte, jetzt sind wir eigentlich bei Bitcoin hier in unserem Primärszenario eingekommen. Wir wissen ja, die I-Coins, die korrelieren teilweise sehr stark mit Bitcoin. Ja, und jetzt sehen wir auch hier, bei vielen, vielen I-Coins, dass trotz des Abverkaufs bei Bitcoin sind wir hier in meinen großen Trendwendebereichen immer noch drin. Die I-Coins haben nicht alle abgekackt, ja, sind immer noch in vielen Alternativszenarien drin, aber die sind noch drin. Das heißt, wie bei AVEX zum Beispiel, gehe ich davon aus, dass die 20 Dollar halten werden, im schlimmsten Fall, ja, weil jetzt hatten wir bei AVEX bis zu den 20 Dollar sind es noch knapp 33 Prozent. Bei Bitcoin 33 Prozent wären wir Stand jetzt, ja, ist jetzt hier weit unter meinem Primärszenario, weit, weit drunter. 30 Prozent wären wir bei 40.000 US-Dollar. Ja, gehen wir davon aus, Bitcoin macht nur 15 Prozent runter. Dann wären wir bei den 50.000 US-Dollar knapp. Also ist alles in meinem Primärszenario. Auch die I-Coins halten ihre Levels noch, wo ich auch in der Telegram-Gruppe durchgebe. Deswegen, ich hoffe, ihr habt alle noch Kapital an der Seite, damit wir unsere Szenarien alle verfolgen können. Ja, es ist durch die Bank, fast alle I-Coins sind noch da. Zumindest die Großen, die ja etwas viel, die etwas mehr Market Cap haben. Was haben wir noch? Chainlink ist genauso ein Kandidat. Ist auch hier Chainlink in meinem übergeordneten Trendwende-Bereich auch angekommen. Hält sich auch dort noch sehr, sehr stabil. Also es ist nicht alles verloren, genauso wie Solana. Auch hier, diese Levels sind seit Wochen durchgegeben worden. Und bei Solana haben wir sogar noch Luft, bis unser Alternativ-Szenario hier 109 bis 52 US-Dollar. Also ihr seht, es sieht gar nicht so schlimm aus. Und während wir jetzt bei Bitcoin eine Erholung sehen, werden die I-Coins sich doppelt so stark erholen oder respektive doppelt, dreifach so stark steigen. Und von daher, der Plan ist eigentlich oder geht Stand jetzt ziemlich gut auf, den ich langfristig habe für die, für Bitcoin und für die I-Coins. Also sieht gar nicht so übel aus, würde ich sagen. Und jetzt schauen wir heute Abend, was bei der FED-Zinsentscheidung ist. Eventuell gehe ich spontan live heute Abend, muss ich aber gucken, was der Kleine macht. Und ich würde sagen, danke, dass ihr das Video bis zum Schluss angeschaut habt. Wenn dir dieser Content gefällt, du einen Mehrwert rausgezogen hast, würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, falls du zum ersten Mal da bist, mir die Glocke da lässt, ein Daumen nach oben, ein Like, ein Kommentar. Natürlich würde mich und diesen Kanal sehr unterstützen. Und wir sehen uns nach dem nächsten Update-Video, eventuell heute Abend live. Und danke für deine Unterstützung. Bis zum nächsten Video. Euer Joe. Macht es gut und ciao, ciao, Leute.